Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Aura und zwar nicht alleine sondern mit dem Blöds hallo Leute wie geht's ganz gut und jetzt reißt ja hoffentlich was Jan Schütze beginnt hier in 15 Sekunden sie endet weiß sie endet fängt das 15 Sekunden an die Orte doch von mir nötig ist ja auf jeden Fall schütteln und ich möchte direkt an das Ding ist es anscheinend was hier los hier wo bist du ich bin Prozent irgendwo ach so das kenne ich ich glaube ich hab den gesehen denn es geht kann man auch nicht übersehen Hörner ich muss mal was essen seid ihr an einem Wasserfall oder so in der Art ja ne aber diese Geräusche nerven mich grad mega ja alter Alter ich muss das richtig leise ich muss das gleich richtig leise stellen mega ok ich geh gnadenlos auf jeden Fall ich verarsche boah ich hab mich gerettet du hast mich fast runtergehauen ey jetzt töd ich dich ey warum steht der da so willst du runterfallen oder was er fällt ein wie der leck der hat Hex der hat Hex der hat Hex der hat einfach Hex ne der ist runtergefallen ist wieder hochgeflogen so ich hab die Geräusche immer ein bisschen leiser gestellt weil das war jetzt mega laut ich hoffe es war jetzt nicht zu laut für euch äh ja ansonsten also wenn du auf einen mit einem grünen Skin triffst der Hänger oh man ey was ist das hier die diesen nervigen Geräusche wie du mir gerade ich hab mir das so gemacht das neues Update ne ja leider fand das davor viel cooler wo ich Aura auch nur bei dem Hype so richtig gestritten war voll an Resslinge so auf einen runtergehauen bist du tot noch nicht ich habe mich eingetötet hallo komm schon komm Baby Alter ich überlebe ich hab mich nicht getötet was ich muss auf jeden Fall recken oh Junge das war knapp erstmal muss ich mich recken das geht nicht anders ich hab nur noch vier Herzen das hat mir gerade richtig Schaden gemacht diese Enderperlen ich hab glaube ich ich hab nur noch neun Enderperlen ich hab alle hochgeschmissen die Leute legen so bei mir oder ich bin's einfach ok hab's noch geschafft was ey das hab ich das hab ich doch ok ich bin zwar richtig low aber ich hab's geschafft Alter meine Enderperlen gehen einfach noch weiter vergiss nicht nimm den Gold ab für erst wenn du low bist so richtig low alles klar hat ja Patrick auch geschrieben ja das hab ich gelesen und das werde ich auch anwenden nur ich hab das beim ersten Mal noch nicht gewusst ich bin ja nicht lange Aura ich muss sagen das Update finde ich persönlich ist auch nicht so gut äh wie du es mir schon gesagt hast ne also diese Explosion da ging mir grad auch ein bisschen ehrlich gesagt auf den Sack ok erinnert mich leicht an Wrestling wenn man irgendwie gegenknallt und so ein Bump nimmt und so das merken ja 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 aber nach einer Zeit nervt es echt weil man hört es alle zwei Sekunden ja so und diese so und ja nein die haben Puffi ist halt sehr komisch mit so einem Rückstoß aber ansonsten ja gut wie ich gesagt ach ja und wie schauts bei dir grad aus bist du low oder ne noch nicht ich bin eigentlich voll fit aber das hier mit dem ich bin wirklich alles mit Wrestling vergleichst unmöglich hier ich bin Wrestling Fan da kann man nix machen oh mein Gott ich bin fast durch den Boden in GLP Storm runtergefallen oh mein Gott darum bestens ich grad welche schaffe ich schaffe ich schaffe ich oh nein oh mein Gott ich bin tot ich bin sowas von tot ne bist du nett ja ich hab's noch grad so geschafft aber ich muss zeigen Alter war das eng ich hab mich auf diesen Wasserturm geschmissen von GLP Storm aus bin knapp daneben war einfach gefallen richtig bitter jetzt bin ich auf der öffnen oh Junge ich hab's grad gesehen was bist du tot? ich hab keine Perlen mehr ja tot ich hab's geil ich müsste es eigentlich überlebt haben jawoll das war richtig merkwürdig ich war einfach wieder in der Arena drin und auf einmal falle ich einfach durch den Boden ich stand einfach schon fünf Sekunden so rum dann falle ich einfach durch den Boden das gibt's doch nicht so komm ja ärgerlich so gottsdank ist dieser Aura-Hype vorbei ich dachte das wird so beliebt wie SG aber irgendwie also ich spiel's nicht mehr so gerne ne eigentlich auch nicht ich find das Update auch nicht also ich fand's eigentlich lustig beim ersten Mal wo ich das jetzt aufgenommen habe muss ich ehrlich sagen aber jetzt das mit diesem neuen Update da naja ist nicht so meins ja ich glaub viele stört das einfach ich hoffe das Update oder oder man kann's ja so machen was? ich hab einen Kill gemacht lol wo hab ich den gekillt? vielleicht irgendwie vor einer kürzeren Zeit oder so geil läuft bei mir und da ist random einfach irgendeinen geschlagen und dann das gemacht keine Ahnung jo wahrscheinlich jo jo komm mach mal das Haus sie kaputt komm hallo hi oh ich hab doch überlebt oh scheiße okay tot oh bitte ja gut das war eigentlich an sich ne ganz ordentliche Runde ein Kill gemacht du hast auch lange überlebt das ist auch nicht schlecht ja war zwar ein bisschen enttäuschend aber ich denke das wird es auch gewesen sein ja entschieden wird sich noch zwischen vier Leuten Albinas, Annelianis, B9 jetzt noch drei jetzt noch drei jetzt noch drei ja drei okay bei mir werden vier angezeigt bei mir wird es noch drei naja auf jeden Fall wenn's bis dann und ciao fire bliss jo wenn es euch gefallen hat schreibt mal in die Kommentare was sagt ihr findet ihr das Update gut oder schlecht also ich finde es nicht so gut deine Meinung ich finde es auch scheiße ja das ist alles gesagt ne ähm ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann und ciao bis dann